Ich bin Simon Bissett, Fachfrau Operationstechnik. Ich bin Nadine Lüscher, Fachfrau Operationstechnik. Ich bin Torino Citto, Chefarzt Kiridi. Ich bin Sebastian Sabato Basio. Ich bin 2.1. Wie heisst der zu operierende Patient? Urs Huber. Bestätigt, 1.1.77. Ja, bestätigt. Welcher Eingriff wird durchgeführt? Laparoskopische Kollecystektomie. Markierung vorhanden? Braucht es nicht. Lagern korrekt? Ja. Operationstour? Eine Stunde. Erwarteten Blutverlust? Keine. Kritische oder spezielle OP-Schritte? Nein. Sind die richtigen Bilder aufgestartet? Braucht es nicht. Antibiotika, Prophylaxen, zeitgerecht verabreicht? Ciprooxid-Aigraben. Spezielle anästhesiologische Probleme? Nein. Allergien, Lagerungsproblem, Schutzmassnahmen notwendig? Nein. Ob das Material komplett? Ist komplett. Implantat nicht komplett verfügbar? Clips habe ich am Tisch, sonst braucht es nichts. Und noch offene Fragen? Nein. Danke. Zum Thema beantwortet. Merci. Tschüss. 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 Tschüss.